hey leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von arg wir haben es schon versprochen wir wollten das neue dlc spielen aberration was seit gestern draußen ist und wie immer mit dabei die kalipso hallöchen ihr lieben ja schon gesagt es ist seit gestern draußen wir wollten es eigentlich auch gestern raus bringen aber die haben ja alle gezogen wir selber auch wir haben weiß ich gar nicht ich glaube vier stunden drei oder vier stunden saß ich da ich glaube ich auch ja steam ist abgekackt und server erstellen das war dann auch noch mal eine tortur das ganze internet war ja also das war gelegt wir saßen auf jeden fall gestern den ganzen abend dran und haben arg gezogen deswegen kam auch gestern keine folge aber dafür heute hier ich freue mich und ich liebe ich freue mich schon so gespannt ja diese waren doch nicht drauf wir haben uns noch nichts angeguckt die leben ich habe den server gemacht ich habe da ich hoffe es funktioniert alles und wenn dann ist erstmal scheiß drauf das werde ich dann nach und nach dann halt ändern einstellung mäßig was machen wir denn ich möchte jetzt ich will jetzt ich habe bock ja ja leute und wir können glaube ich jetzt auch klettern irgendwie selber fliegen das wird eigentlich eher gleiten kaum oder gleiten ja besser ja gleiten oder ich habe nichts dagegen natürlich du wirst dann ein pegasus pegasus du fürstin geil das sieht ja aus wie ein pferd ich weiß nicht ob ich das freut ich würde sagen wir quatschen nicht drauf rum wir wir hauen da einfach mal rauf ne wir starten einfach mal sehen ob es als doppelkick funktioniert nicht wir haben es verkackt neuen überleben in der stelle ich kriege jetzt einfach bei neuen überleben in der stelle ich auch aha siehste sag ich doch aber wieso das ist es in spannung oh mein gott das ist bunt oh mein gott vor mir ist ein tier echt ist es ist nett es ist bestimmt so ein kleiner kackdodo das ist eine schildkröte das ist ein es stimmt irgendwie ich habe ich habe hier karbonemus diese schildkröte hier und die ist leicht gewärmt die gutste ich bin gestorben da steht doch einfach warum weiß ich nicht wo bin ich denn ich spawn einfach wieder mit drauf es ist dunkel ich bin so gespannt ich mach mal ich bin jetzt ich bin jetzt bei den ich bin jetzt bei pilzen pilzen ich nicht ich bin irgendwo es leuchtet hier auch das ist ein gebäude diese tech 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 ich denke erst mal wieder reinkommen ja aber warum gibt es die raptor und die leuchten ich habe ein level ab zuerst mal dass wir spielen hier und ein riss ich bin bei pilzen keine ahnung ich bin hier beim dann ist irgendwas bedeutend ist der peter peter maschen und was leuchtete lieben wir geben da hinten da leuchtet ob das böse ist ich freue mich oder bist du bei pilzen ich bin bei leuchte pilzen ich nicht hier fährt hat irgendwas gelbes rum da hinten ist ein ich dachte ich habe so einige arktinos sind hier drin leicht verändern das da sind paraceratherium da ich hab's gesagt paraceratherium ein dumm dumm nein so ich lebe schon mal ein bisschen wieso levelst du hast einen raptor gekriegt nein ich habe erst mal baum bisschen ab da unten krabbelt irgendwas schnelles und die sind zu dritt also ich habe meine erste bekanntschaft war ein raptor freund oder feind level ein kann ich die pizze wir können pizze einsammeln pilze pilze welche pizze bist du denn ich habe leuchtepilze leuchtepilze ja und da hinten ich glaube ich rennt ein raptor rum ist bei dir hier irgend so stargate portale nein bei mir leuchtet hier was pinkes machte scheiße was ist das ist das gas einfach mal hingehen mal sehen ob ich sterbe ich sehe du bist doch so ein kleiner lege nahrung in die letzten so ich brauche auf jeden fall dich holen du bist bestimmt so dodo versteht hier ist bestimmt so dodo verstehe ich muss mich erst mal wieder an art gewöhnt stimmt ich und ich muss mal gucken ob die lautstärke für euch angenehm hast du schon mal in den inventar geguckt ja da ist viel grotze 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 drinnen was ist das wo ist hier ein stein ein stein wird mir verraten ob das geklappt hat die einstellung acht steine besser als einer ich hoffe mich greift jetzt nichts an ob man hei wird wenn man pilze ist hier kann man die sammeln die pilze ich bin hier glaube ich bei pflanzen versagen gespawnt ich find das gut wo bist du ich würde ja sagen ey komm karte so und so ja apropos mach doch mal deine karte auf du müsst doch auch irgendwo links sein laut karte 40 50 was ich 40 50 laut bin ich bei sagen wir mal so 43 und long bin ich bei zwischen 10 und 20 sag's mir bin ich bei ungefähr sagen wir 13 ja so genau ich sehe das nicht ey du hast bestimmt die gamma hochgedreht ich bin bei 50 danke insekt bleib hier nein 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 ich bin tot von ein raptor level 19 ja option wartet ich mach mal kurz die musik lauter ich weiß gar nicht wie mein ton ist ich hoffe es ist effekte ich hoffe jedenfalls dass es jetzt euch nicht die ohren weg sprengt aber ich glaube arg war immer sehr leise bei mir war eigentlich in ordnung bei mir aber da das sich jetzt geändert hat mit der lautstärke weiß ich nicht wie das jetzt ist wo bin ich nicht neun hier gibt's nutstrahl was ist das ein stinktier freund oder frei ich bin bei leuchte pizze ich sollte mich erst mal ach das ist scharf alter du bist fett und kratzen schaff ist hier ein alter wachst das machen wir auch noch mal hier rennt ein pferdchen rum wieso sonst so viele tino ist bei mir die leuchten alle da hatte ich aber auch bei mir ich bin beim grünen stahl stahl ich sehe gar nichts wo ein grüner stahl ist werde einfach mal die gesamt lautstärke einfach höher drehen muss gucken was musst du gucken ob ich in die richtige richtung laufe wenn man speichern einfach alles ich hatte steine ich da ist nicht so glaube genau so dinos wie immer ich schon wieder irgendjemand im hintergrund drehen echt nein das ist ein raptor ja ja wenn wir auch aber hier sind so viele pflanzenfresser und was für eine richtung ich hier gerade hin laufe ich bräuchte ganz dringend ein spär ja irgendwas zum wehren oder so spät ach scheiße okay kann man also nicht benutzen ich werde mich einfach hier aufhalten wenn tag ist denn dass man wieder ein bisschen aus sind und bei arkt total draußen erst mal fett auf speed hier ich bin auch raus du erst mal ein paar spiele gemacht ich bin begeistert leben machen wir eine große fondation aber wie lange ist es hier da wie habe ich das vermisst ich habe gerade geschissen also das punkt 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 ist bei mir nicht angekommen tschuldigung tut mir leid aber wir werden uns ja schnell reinfuchsen du bist auf der anderen seite bin ich ich habe krasse level was ist das so jetzt habe ich laute musik ich auch ist tag ne ich muss mal gucken wie die stärke ist ja ich muss auch bisschen rumfummeln besonders bei der musik immer sonst haut michalypse immer ab ich habe ich hau nicht ab ich bleibe hier so wir brauchen dass da mütze machen wir uns auch gleich was brauche ich denn dafür ich komme jetzt zu 50 glaub ich jedenfalls so aus so das packen wir mal hier unten rein in die schnellleiste denn ach so liegt denn da hinten die behalten erstmal alles mal gucken wir werden sehen was denn davon später wichtig ist ich sage mal kristall mit einfach was jetzt schon wir sollten uns endlich mal finden ich bin bei diesen stargate gerade nein ich bin ich nicht da ja dass uns nicht treffen unten ist gefährlich da wuselt irgendwo ein raptor rum ja ich glaube der hat mich auch umgebracht sieht schon geil aus ich möchte mal ganz oh nein 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 du donna raptor ich hab grad ein bisschen was in meinem bein nein oh raptor level 5 ist deprimierend tust du was ja ich werde wieder sammeln bist du dort ja schon oh oh das vieh ist doch nicht nett ey ich hasse raptoren hä was was ist denn jetzt was ist los ich ersticke geh da weg dann ist so ein sauerstoff gedöns dort dann hast du keinen sauerstoff du weißt schon hä was sauerstoffmangel ja gibt es hier auch da hast du manche was war das stellen ist sauerstoff für ein poppist bitte was ich habe mich doch einfach nur dem stargate genähert was willst du jetzt sagen das stargate ist gefährlich da bleibe ich hier unten bist du tot nein ich habe es irgendwie noch in meinem grünen nutstrahl da ist aber ein raptor echt ne ich bin ja oben ich komme auch noch um alter gehen ich durch das stargate welches denn das blaue das grüne das rote blau ich bin vor dem blauen da wollte ich nämlich gerade durchmarschieren ich bin denn hier einfach wo bist du wo bist du ich bin die merkwürdige person mit der maske auf dem kopf da hinten ja 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 hallo 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 Sehr warte ja ich muss mich erstmal wieder reinfinden ich bin so bei Dark and Sicht und losiere drin ja warte mal was knistert denn hier ach ok die leuchtede her statt und auch diverse so kann ich mir denn eigentlich hose erstellen Ja, kann ich Herzlichen Glückwunsch. So, ähm, aus Dauer, ich konnte nur einmal leveln. Das ist kläglich. Na, das ist jetzt Ivo. Punkte verteilen wir später. Es heißt, das wie es... Ja, das passt. Du siehst doch beschissen aus. Was? Ja, oder? Aber egal. Nice. Alles klar. Haben wir hier noch was zum... Oh. Ist das vielleicht ein Sauerstoffhelm? Nee, ich glaube nicht. Was ist das? Ein Sattel. Gut, ich nehme mal, was ist. Du hast geschissen. Passt. Das passt. Ja? Weißt du, was witzig war? Ich bin... Als ich erstickt bin, habe ich so viel Häufchen gemacht. Alter! Ich weiß nicht warum. Oh, das ist unlob. Du hast so viel Häufchen gemacht, als du erstickt... Ich glaube, das war so ein... Oh Gott, ich sterbe jetzt Schiss. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Ich weiß auch keine Ahnung. Also, bei den alten A-Karten wusste man ja, wo es so ungefähr sicher ist. Hier weiß ich gar nicht, wo wir dann klatschen, ob wir da sicher sind. Lauft nicht durch das Blaustar-Gate. Scheißt man dann, ja? Ja. Ich probiere es mal. Ich sag es mal, das ist voll scheiße, ne? Wir gehen mal ordentlich gepflegt in die Hosen, Donne. Ja. Kommst zu mir zurück. Was denn? Hä? Aber da ist was. Es ist doch gerade was erschienen bei dir. Hinter dir. Ich habe es auch gesehen. Das mal hier. Jetzt zu mir hin. Na? Alter, ich bin voll. Hi. Lauf weg. Du stirbst. Ah. Oh, was habe ich bloß genommen? Das sind krasse Pilze. Nein! Ich will nicht sterben. Nein, ich habe schon bei... Sag es doch! Nein! Wieso? Ich habe so viel eingeatmet. Ich habe doch gesagt, du stirbst. Sind das für armharte Pilze. Ich hoffe, wir brauchen die nicht sammeln irgendwann. Alter, ich bin... Ich sehe rot. Also, wir müssen auch auf diese Luftlöcher, glaube ich, achten. Welche Luftlöcher? Wo du gerade reingelaufen bist. Die tauchen dann einfach auf, wenn du dich näherst. Also, ich denke mal, das sind die Pilze. Also, Abstand von Pilzen. Das sind doch keine... Das sind Pilze. Das sind Pilze. Ja, okay. Ja, stimmt. Ich wollte die eins sammeln, aber ich bin ja dann geflüchtet. Ich weiß gar nicht, wo wir lang wollen. Wie gesagt. Gerade zu, oder? Raus auf die Wildnis. Ja, ich habe aber noch... Hast du für mich einen Sperr oder so? Äh, nur drei Stück. Aber ich kann vielleicht... Ich habe null. Oh, immer diese Tab-Taste. Sorry, Leute. Ich bin irgendwie bei... Tabela Tab. Bei Dingsbums drin. Ja. Farzan brauche ich. Ach, komm. Oder wir gehen einfach. Wir werden so oder so sterben. Ich will was Großes zähmen. Ähm. Dich werden wir auch bei zähmen. Wir brauchen Bären. Hinter dir. Nice. Ist aber nur eins. Es ist... Fatsch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wieso bebt es hier? Eine Parade. Party, ob wir sind die Enkele an? Ähm. Vielleicht ein Riesendino. Hä? Kommt jetzt die Omos-Kontakt. Ja, ja. Hier kleckert Zeugs auf dem Boden. Was? Wo? Holz und... Deine. Soll ruhig weiterrammeln. Ja, ja. Danke für die Gaben. Aber irgendwas anderes habe ich eingesammelt. Gucken wir gleich mal ins Inventar. Holz sammle ich rein. Irgend so ein Green... Obsidian. Oh, guck mal. Hier ist was Blaues. Ja, das habe ich auch schon eingesammelt. Nee, nichts Blaues. Kommt da jetzt noch mehr? Das rammelt ja immer noch. Wir sind total begeistert. Wir sammeln hier auf dem Boden. Wir bleiben hier, ihr Lieben. Wir bauen hier. Entschuldigung. Nein, natürlich nicht. Wir sollten mal gehen, ne? Ist da ein Schaf da vorne? Jo. Wir brauchen Fleisch. Oh, nee. Ja, wir brauchen... Wir brauchen Fleisch. Fleisch ist los. Level 9. Tut mir leid. Und leveln. Bleib hier. Hast du nur Arkt? Es tut mir leid. Ja, hab ich. Na dann... Mach mal. Ich hab nicht. Ich hab gelevelt. Cool. Bewegungsgeschwindigkeit am Anfang sehr wichtig, damit wir von allem wegrennen können. Was da ist. Wir brauchen... Wir brauchen... So ein bisschen Fell noch einsammeln. Gleich die Zehmsachen hier gelernt. Du hämmerst ganz schön lange drauf rum. Jo. Also ich hab Spaß. Und du? War das so eingestellt? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Naja, sonst haben wir immer mit Dinos gekillt. Ich hab dieselbe Game-Indien irgendwie... Und das ganze Zeug. Einstellungen wie... Warte, ich kümmere mich gleich weiter um das Vieh. Ich möchte... Äh... Aber ich kann ja auch ein bisschen Haus sammeln hier. Fell? Dann mach ich uns schon mal was zu essen. Fell ist ja so schwer. Pardon, Leute. Jetzt hab ich auch mal gehustet. Ähm, die stacken sich aber nicht. Ich hab ja gesagt, es ist noch keine Stack-Mod drauf. Mods lass ich erst mal. Ich kann hier oben kein Lagerfeuer bauen. Sag mal, wildes Vieh wollen wir... Ähm, ja... Ähm, Alter. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ich will nicht mehr sterben. Ja, Pelz schmeiß erst mal raus. Ja, was ist denn das für ein Vieh? Schon wieder Tab-Taste geöffnet. Ähm... Ich hab menschlichen Kot eingesammelt. Ernsthaft? Das war nicht meiner, das ist deiner. Das können wir erst mal... Das können wir... Das können wir erst mal rauspacken. Das... Und... Ein bisschen Klopperei. Äh... Ja, vielleicht. Das ist doof. Das ist... Das... Ach, verdammt. Ach, schade um den Pelz, aber... Machen wir erst mal Pelz weg. So, dann, äh... Wie war nochmal der Knopf, wo man das alles rausschmeißt? Äh, O. Die einzelnen Sachen. Nein? Hast du's probiert? Ich kann mit O rausschmeißen. Ah, Peze können wir auch erst... Na! Ich hab doch an den Einstellungen gar nichts gemacht, verstehe ich nicht. Ah, okay. War doch gerade... Ich muss so einiges rausmeißen. Äh? Ich muss so einiges rausmeißen. Äh, jetzt klappt's? Ich verstehe das nicht. Wieso klappt denn das jetzt? Kannst du dich bewegen? Ja, ich hab Pelz rausgeschmissen. Gut, ich kann mich jetzt auch bewegen. Ich so, was den Rest behalten war. Warte mal, wann wird denn das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, behalten wir nicht. Das wird erst 35 Minuten schlicht. Hätte ich gesagt, dann hätten wir ja schon mal schlechtes Fleisch. Ähm. Raus damit. Ist hier irgendwo ein Raptor? Warum? Weil ich uns Fleisch praten möchte. Dazu brauchst du ein Raptor? Nein, ich muss gucken, wo ich das hinbauen kann. Äh, ich würd auf die... Äh, ich hab... Oh, was? Ich hab jetzt das falsch rausgeschmissen. Nein, ich hab noch mehr rausgeschmissen. Egal. Das kriegen wir ja immer wieder, wenn wir sterben, ihr Lieben. So, jetzt haben wir hier bestimmt ne Leckstelle. Also ich kann hier in der Nähe von der Metallplatte nix, äh, hinsetzen. Also da würd ich nicht hingehen. Ich würde, wenn denn, hier gehen. Hier war ich auf der Seite noch nicht, aber drüben ist auf jeden Fall ein Raptor. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal, komm. Hier sind auch rote Pilze. Also von hier komm ich. Also von hier komm ich. Müssen wir hier raus? Ich will raus. Ja, geradezu. Ja, machen wir. Machen wir auch. Guck mal, hier ist ne Knutschkugel. Level 9. Wieso bist du denn Level 9? Pass auf, hier rennt aber auch irgendwo ein Raptor rum. Und du da händen kannst. Da passt es. Ich brauch ganz dringend, was du futtert, ich kann es glaube ich in der Höhle nicht, ähm, hinsetzen. Dann musst du Bären sammeln. Mach ich doch. Ah, ich muss auch noch ein paar sammeln. Ich will mal raus. Und trinken sollten wir mal langsam gucken. Na, Bären. Bären, ähm, helfen auch ein bisschen. Aber da musst du schon reichlich von essen. Ja. Voll bin ich auch langsam da. Hinten ist ein Raptor, wir sollten oben lang gehen. Gut, wieso qualmten das hier? Nebel? Hm. Ach, und voll bin ich schon wieder. Echt, immer aufs Gewicht achten, komm. Bin oben. Ja, warte doch mal, ich kann nicht rennen. Du, hinten ist ein Raptor. Der wird aber, der rennt aber gerade nach unten. Rennt da irgendwas hinterher. Doof ist, dass man hier kein... Ja? ...feuer hin platzieren kann. Dann könnte ich uns schon was zu essen machen. Wir haben Bären, also an Nahrung mangelt es mir nicht. Das ist eher das Trinken, was mir langsam ausgeht. Können wir wenigstens sehen, ob sich irgendein Feind scharf. Ähm, wartest du ein bisschen auf deine Kollegen hier hinten? Jo. Was hast du denn alles in deinem Inventar, dass du kaum hochkommst? Wichtige Sachen. Wichtige Sachen, ja. Hallo. Warte mal kurz. Das habe ich doch da hingeschmissen, glaube ich, oder? Hier ist ein grüner Sch... Bist du sicher? Nein, Mann! Das ist meins! Was war geht denn da hinten? Ey, wie ist die... Ihr Lieben, ich muss da mal gucken, wie man hier die Schnelltaste... Wie war denn das hier mit schnell rüberziehen nochmal? T. H. T. Ja, T. T. Was brauche ich denn noch? Ich war irgendwie gerade bei A. Das nehme ich mit. Da ist ein Dodo. Warum? Was bist du? Oh Gott, bist du ein Biber? Bist du so ein Faultier? Palypso? Ja! Anwesend. Ich bin hier. Komm, wir brauchen Wasser. Ich bin kurz vorm Verdosten. Hast du hier keine Bären drin hierzu? Oh, ich aber auch. Krabtor steht auch neben mir. Wieso steht er neben dir? Wir sollten schnell machen. Er hat die Schildkröte gekillt und er wird sie nicht essen. Er wird... Wenn er uns sieht, dann wird er weiter rennen. Kann man dich ziehen? Du Ekelinsekt. Wer hat denn da einen riesen Kuhfladen hingelegt? Oh ja, ich brauche auch ein paar Bären. Ne, weiter. Wir brauchen eine Pfütze. Oh, wir brauchen sehr schnell eine Pfütze. So warte ich. Ja? Ich muss kurz gucken, was ich hier alles rausballere. Kurz gucken, ist mal nicht. Bringt das nichts mehr mit dem Bärenhessen? Oh oh. Oh oh. Bei mir... Ich hab... Bei mir ist Ende. Wir haben viel zu lange auf einer Position. Ja. Oh, jetzt... Jetzt... Hier drehe ich auch noch an diesen Tieren. Nein, hier sind die Pilze. Ich bin durch die Pilze gelatscht. Die saugen dir... Erst bei Osiris und jetzt hier. Oh nein. Bist du da? Ich werde jetzt sterben. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin weiter geradeaus, oben. Oben lang gelatscht. Oh. Oh, Pilze. Ja, da bin ich auch durchgelatscht. Weil man braucht Ummengen, Bären. Wie viel eigentlich hier? Was ist... Was soll das sein? Ist das ein Raumschiff? Hm. Sollte ich nicht sagen. Eine Waffe? Oh, Musik. Ach, da hinten bist du. Ja, ja. Ich... Ich werde wahrscheinlich schlecht Durchfall haben. Ich dihretiere wieder. Zieh dir Bären rein. Du musst ganz viele Bären essen. Ja, ich sammle doch nebenbei auch noch Bären. Na, siehst du, da habe ich ein bisschen. Ein bisschen jetzt, so. Minimal. Du musst ja echt über 100 Bären essen, dass da irgendwie... dass das... irgendwie was bringt. Oh, jetzt habe ich einmal vielleicht rausgeballert. Pardon, bitte. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Na, 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 na. Ganz drinkt Wasser. Sehr drinkt. Aber... Hm. Wir sollten uns hier erstmal voll Stoff mit Bären. Die Büsche mitnehmen. Ich... 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 Futterstoff schon alle. Gönn dir. Ich habe ein Level ab. Was machen wir? Bewegungsgeschwindigkeit. Immer schneller sein als ein Dino. Sehr wichtig. Wir sollten auch nicht rennen. Du... willst langsam hier durchlaufen? Na ja, rennen, äh... verbraucht auch Wasser. Ich bin ganz schön schwer. Deswegen dehydrieren wir auch so schnell. Komm, das können wir uns sparen, das Teil. Das können wir uns auch sparen. Naja, mittlerweile ist es da schon Standard bei mir. Wenn ich hier irgendwas... Einen Schlafsack kann ich bauen. Ja. Total. Baue ich dir auch ein. Ja. Ja. Und Vollkrassenlevel ab. Cool. Irgendwo muss man hin. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, aber ein Strand. Da eine kleine Hütte. Komm her, ich gebe dir ein... Ein Schlafsack. Ja, nein. Ein Schlafsack. Ich plündere jetzt die Schatzkiste hier. Mhm. Was ist es? Errungenschaft freigeschaltet. Dicker Anfänger. Soll das sein? Das sind Peze, glaube ich schmeiße das mal raus. Ich übersetze das nicht, was hier steht. Da gehen alle hin. Das sind... Und ich habe ein Level ab, gibt Punkte, gucke in die Kiste. Ausdauer, Sauerstoff, Nahrung. Gewicht eigentlich... Nein. Wegrennen, immer noch besser. Oh Gott, ist das laut. Geht so. Ja. Ja. Oh, ich kann es bewegen. Hui. Wunderschön. Ich habe irgendwas freigeschalten. Nein, ich wollte es nicht noch mal sehen. Nicht? So, Punkte habe ich. Ich werde auf jeden Fall leben. Und Stamina machen. Das brauchen wir. Holz. Willst du mich verarschen? Ich brauche Holz. Oh, eine Trinkpulle mache ich mir auch gleich mal. Ah ja, stimmt. Sollte ich auch machen. Schuhe. Das. Level ab. Und auf jeden Fall Holz. Bauten, Erlernen, Kochtopf. Mhh. Aha. Boller mache ich mal. Einfaches Bett. Das auch. Den Rest behalte ich erstmal. Eine Kiste wäre super. Kiste? Äh. Äh. Warte, 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 warte. Da. Eine Kiste. So. Und noch mal schön hier auf Geschwindigkeit. Äh. Ja. So. Gut, gehen wir weiter. Hier geht's krass abwärts. Was ist das? Gute Frage. Ist das irgendwie gesagt? Ah, Wasserloch. Hier ist... Wo ist das Wasser? Weiß ich nicht. Wir müssen weg hier. Wo führt uns dann die Karte hin? Mhh. Und das Landesinnere. Wart auf mich. Willst du denn jetzt ein Bett haben oder eher nicht? Naja. Ob ich jetzt nur ein Bett in Inventar habe. Alles gleich. Tags für dich. Tags doch gleich. Du bist nett. Nee. Doch, total. Die Maske ist auch total super. Ja, oder? Die passt zu mir. Ich bin richtig stolz drauf. Die solltest du... Zeit deines... Zeit deines Lebens, ja. Die zackere ich mir an meiner Haut. Jaja, das solltest du... Im gesamten Spiel... Die haben da vorne Probleme. Scheiße. Das sind Hyänen? Würde ich auch meinen. Nee, das ist... Das, was zu uns rammelt, ist... Das sind diese kleinen... Ah, da ist ein Skorpion. Den habe ich gesehen. Uh, eine Runde schlafen gehen. Aber ich glaube, Dumm-Dum hat ihn schon kaputt gemacht. Lange lege, aber Dumm-Dum. Ich wusste gar nicht, dass die normalen Arct-Dinos hier rumlaufen. Ich auch nicht. Ich dachte, das wären alles... Neue Dino... Level 2. Neue Dinos. Irgendwas muss ich da noch einstellen. Level 2 ist ein bisschen peinlich. Alter, ich habe so viele Bären. Ich glaube, wir kommen endlich raus. Warte mal kurz. Klopfst du dich da schon wieder mit irgendwas rum? Du bekommst hier Schittin raus. Ach ja, stimmt. Oh, ich scroll die hier immer. Auf jeden Fall ein Level Up habe ich bekommen. Was sehr laut auf meinen Ohren ist. Dann dreh doch einfach ein bisschen leiser. Was ist denn jetzt? Was ist das hier? Hä? Ach, das Vieh hat er... Alles klar. Nehme ich alles mit? Ich muss gucken. Irgendwo Wasser. Pfeile. Und das... Was ist das? Was? Ich gehe da nicht ins Wasser. Ach, das ist dieses Vieh, was man auch da in diesem Video gesehen hat. Das nimmt dich und schlägt dich auf den Pool. Nice, aber da unten ist Wasser. Von dem Krokodil habe ich da hinten auch gerade wegplöppen sehen. Ich fühle mich immer wohler hier. Ja, ja, das ist total heimisch hier. Das ist genau richtig. Ich bin... Rennt hier irgendwas... Was ist denn das da hinten? Willst du mich verarschen? Hier unten ist ein Spino. Da unten ist ein Spino. Haben wir Glück? Ja, ich bin begeistert. Ich glaube, das Spiel wird uns tot sehen. Da hinten ist was Blaues oder ist es tot? Renn, ihr Lieben. Wir müssen immer rennen. Ey, so ist da unten ein Spino. Wieso sind da unten Raptoren und sämtlichen Anraorts, der dich tötet? Aber in die Richtung, guck mal, da hinten ist da nochmal Wasser. Vielleicht ist da ruhiger. Aber ich sehe gerade rechts hier Skorpionen, Raptoren, Krabbeln. Ja. Ach du Scheiße. Wir könnten auch links probieren. Komm mal mit. Ah ne, geht da gar nicht. Nee. Ich dachte, wir können da hinten irgendwie... Ah, verdammt. Oder wir springen ja einfach runter. Was macht denn das Teil da eigentlich? Dieses... Dieses... Skorpionartige Ding. Es planscht. Ja, ja, es planscht. Wäscht Wäsche oder so. Da ein bisschen und da ein bisschen und hier ein bisschen und ein bisschen zurecht. Was ist das? Was? Ist das auch wieder ein Vieh, was das tut? Tschüss. Sag mir, ob du überlebst. Das ist das. Oh, Piranhas! Piranhas! Nein! Schwimm! 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 Au! Schwimm! 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 Au! Ach, Piranhas! Warte, wenn ich größer bin, werde ich dich als nächstes. Das können wir gut machen. Hilfe! Das heißt, ich muss auch hinterher nichts. Scheiße, da ist ein Raptor. Wir sind todos! Wieso sind hier todos? Da ist ein Skorpion. Komm runter! Da ist ein Kronkodil! Ich bin sowas von weg. Also, ich bleib hier unten nicht stehen. Ich werd weiter rennen. Da plumpst du! Jaaa! Was ist das? Das sieht unfreundlich aus. Au! 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 Ja, schiebt mich weiter! Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich will nicht sterben! Hilfe! Mutation? Guck mal! Guck mal hier dir die Ratte an! Aber eine Sache werd ich machen! Was denn? Na, du, du bist fett immer noch? Ich hab... Wer du unter Wasser bist... Warte mal, ich muss meinen Beutel voll machen! Was ist das? Keine Ahnung, ne Riesenratte! Es hat sich ver... Es hat was rausgeholt! Geh mal hin! Hä? Du nett? Es hat geschissen! Grabt es... Hä? Es hat gerade... Nutzer... Passendes Werkzeug, um diesen Rohstoffe zu sammeln! Ich bin fast tot! Oh oh! Er hat den? Können dir eigentlich Steine auch auf den Kopf plumpsen? Und dann bist du tot? Komm, wir müssen... Wir müssen hier weg! Ja! Wir müssen jetzt irgendwie... Da ist übrigens ein Skorpion! Äh, okay! Ich korrigiere! Zwei! Der eine freut sich schon! Der kommt! Wo lang? Rechts, links, sag was! Links, links! Okay, links lang! Au! Dieses Mistding hat mich erfischt! Wird da... Da hinten sind noch mehr! Ich geh radikal nach links! Ja, ich... Ich radikale mit links! Äh, nicht da! Da sind noch mehr Skorpione! Da ist aber... Da ist aber noch mehr Viechzeug, wo du lang rennst! Ja? Ja? Was... Was paft denn hier? Wir werden dem Ding mal aus dem Weg gehen! Wir müssen... Wir müssen hier bergmäßig! Komm jetzt! Was war das? Ach, jetzt bin ich von der Decke geflogen! Komm her! Wo bist du? Ich weiche gerade ein Skorpion aus! Ich bin zwar ausgewichen... Hier soll ja... Süds noch ganz... Ach du Scheiße! Oh oh! Ja? Stamina? Iiiiiiiiih! Hat das nicht verkannt! Wieso bin ich immer diejenige, die stirbt? Noch bist du nicht gestorben... Ich will die... Felsen hoch! Felsen... Ups! Ja? Sorry! Ja? Ich glaube wir werden niemals Tageslicht sehen! Wir haben überlebt! Äh heh! Seid ihr da mal nicht so sicher? Wer weiß was... Doch! Hier oben! Wenn du nach oben guckst, da ist bisschen Licht! Huh! Irgendwann gehen wir da nach oben! Ihr Lieben! Und schauen was da oben ist! Null Sauerstoff! Das ist nur hier! Ich weiß es nicht! Ich könnte es mir vorstellen! Wir müssen aber Wasser finden! Ich habe Gott sei Dank mir eine Wasserflasche gemacht! Es tut mir leid, weil die Nase kitzelt! Ech! Sehr ungünstig! Es tut mir leid, hier ist doch nichts! Hast du hier gerade echt ein Lagerfeuer hingestellt, oder? Hier! 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 Nein! Hau! Ähm! Was denn? Das ist besser! Das andere schmeißt weg! 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 Also Lamm weg, ne? Ja! Ich würde sagen... Lamm ist doof! Machen wir hier ein Päuschen, ihr Lieben! Jo! Damit wir gleich die nächste Aufnahme starten können! Ha! Weißt du was geil ist? Der Ton wird sich nicht ändern! Weil wir ja geils dann weiter aufnehmen! Jawoll! Hahaha! Naja, wir überleben's! Wir überleben's auf jeden Fall! Hoffe ich doch mal! Ja! Also ich find... Ich bin... Ich bin gespannt, was noch hier auf einen zukommt! Überlebt haben wir bis jetzt! Hahaha! Voll krass arg! Profis? Halbwegs? Halbwegs? Na okay, ihr Lieben! Wir bedanken uns jedenfalls für's Zusehen! Genau! Die müssen wir schnell rendern, damit wir die heute noch raushauen können! Ah! Jep! Und bis zur nächsten Folge! Bis dann! Tschüss! Tschüss!